Moin Leute und herzlich willkommen zurück zur Netzwerktechnik. Heute geht es um ARQ, Automatic Repeat Request. Warum Request zu Q wird, fragt mich da bitte nicht. Auf jeden Fall hat man das Q aus Request genommen, weil ARQ irgendwie cooler ist als ARR. Naja, egal. Auf jeden Fall gibt es da mehrere Varianten, was man so einsetzen kann. Das erste und vermutlich einfachste, also um was geht es überhaupt erstmal? Wir wollen herausfinden, welche Variante wir jetzt nehmen wollen, damit ein Paket wieder neu geschickt wird. Das heißt, wie teilt mein Empfänger meinem Sender mit, dass da gerade ein Paket flöten gegangen ist. Also dieses Paket 2 hier zum Beispiel. Und dazu mache ich einfach nochmal diese Pfeile hier weg. Es gibt da nämlich einige interessante Sachen im Standard. Wir nehmen jetzt hier einfach mal an, dass Paket 2 immer verloren geht und schauen uns dann, oder je nachdem. Wir werden es vielleicht nachher mal ändern. Okay, so. Also das einfachste ARQ-Verfahren, also es gibt ja verschiedene Verfahren, die ich euch alle zeigen möchte. Das einfachste Verfahren ist Stop and Wait. Stop and Wait ist natürlich auch dann über Quittung. Also wir haben jetzt aktuell immer Sequenznummern, keine Sorge. Und die Quittung, es geht quasi darum, wie benutze ich Quittung und wo wird was verwendet. Bei WLAN wird Stop and Wait verwendet. Das heißt, wir haben folgendes Szenario. Wo ist der Pfeil? Paket Nummer 1 kommt wunderbarst an. Paket Nummer 2 geht flöten ins Nirvana. Und Paket Nummer 3, sagen wir einfach mal, kommt auch an. So, was passiert? Bevor ein neues Paket hier gesendet werden darf bei Stop and Wait, muss immer gewartet werden, bis der Empfänger dem Sender quittiert hat, dass das Ding angekommen ist. Sprich, folgendes ist eigentlich gar nicht okay, so wie er es jetzt gerade gemacht hat. Er sendet Paket 1, er sendet Paket 2 ohne zu warten und Paket 3 auch gleich noch. Das ist nicht okay. Das geht so gar nicht. Was man aber machen kann, ist folgendes. Wir senden hier ein Paket oder wir senden ein sogenanntes Acknowledgement. Das heißt, er hat was empfangen. Wir senden ihm quasi eine Quittung für das Paket Nummer 1. So, und erst danach darf er anfangen, Paket Nummer 2 zu senden. Und Paket Nummer 3 gibt es aktuell einfach gar nicht, sage ich jetzt mal. Paket 2 geht, wie gesagt, flöten. Und offensichtlich kommt hier auch keine Quittung dann zurück von unserem Empfänger. Und was bedeutet das jetzt für den Sender? Naja, der Sender wartet einfach so lange, bis ein Timer abgelaufen ist. Und dieser Timer, der nennt sich glaube ich Stop and Wait Timer oder sowas. Das heißt, nach einer gewissen Zeit muss dieser Sender einfach nochmal von vorne Dateneinheiten losschicken. So, das heißt, er schickt einfach zwei nochmal. Und dann sollte er auch tatsächlich hier das Acknowledgement, also die Quittung, für die zweite Paketeinheit bekommen. Denn ansonsten ist sie wieder nicht angekommen. Und weiter geht es die ganze Zeit quasi hin und her. Und wenn was verloren geht, muss man warten, bis ein Timer abläuft. Das ist natürlich jetzt nicht wirklich effizient, sage ich mal. Und es kann zu ein paar kleineren Problemchen kommen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier einfach nochmal das erste Paket schicken würde. Also, einfach eine andere Dateneinheit, aber mit der Sequenz Nummer 1, dann bekomme ich einfach hier tatsächlich nochmal eine Quittung für meine erste Dateneinheit zurück. Was natürlich doof ist, weil ich jetzt gerade entweder was überschrieben habe oder irgendwas komisches auf jeden Fall passiert ist. Auf jeden Fall ist nicht ganz so konform, was dann wirklich so richtig funktioniert hat oder nicht. Das zweite ist natürlich die Leistung. Und die möchte ich mal genauer, oh, halt, stopp, das sollte ich nicht löschen. Hier lieber wieder zwei reinschreiben. Die möchte ich mit euch nochmal ein bisschen genauer durchleuchten. So, nehmen wir einfach mal an. Wir haben hier tatsächlich beide Dateneinheiten geschickt, ohne dass was schief gegangen ist. Also diese zwei ist nicht flöten gegangen. Dann haben wir hier aber eine Sendezeit von, und die hat sich echt gewaschen. Wir müssen erstmal warten, bis unsere Dateneinheit drüben ist. Dann müssen wir warten, bis die Quittung wieder bei uns ankommt. Und dann erst dürfen wir die nächste Dateneinheit schicken. Sprich, wir haben eigentlich deutlich längere Sendezeit, als wenn wir sowas machen könnten hier. Und einfach direkt weiterschicken könnten. Ihr seht, wir rutschen viel weiter hoch auf unserem Weg-Zeit-Diagramm. Und zwar um genau die Zeit, die wir eigentlich warten müssen. Also quasi einen halben Ping. Jetzt, was ist ein Ping? Ein Ping ist genau das, wie lang braucht eine Dateneinheit, bis sie vom Sender zum Empfänger und wieder zum Sender zurückgeht. Und um einen halben Ping, wie gesagt, ah ne, sogar um einen ganzen Ping, zumindest fast einen ganzen Ping, könnten wir eigentlich unsere Dateneinheiten schneller bei unserem Empfänger drüben haben. Was natürlich dann auch viel, viel mehr Speed für uns ermöglicht. Also wir hätten eigentlich viel mehr Übertragungsgeschwindigkeit. Die blöde Frage ist jetzt immer noch, warum benutzt man das tatsächlich trotzdem bei WLAN? Naja, WLAN ist so unglaublich unzuverlässig, dass man das sich dort angewöhnt hat. Und man darf nur schicken, wenn man auch wirklich eine Quittung bekommen hat. So ungefähr. Aber wie gesagt, ist ja auch das einfachste Verfahren. Es gibt noch deutlich bessere. Also das war Stop and Wait. Jetzt kommt Go Back N ARQ. Das ist quasi die zweite Variante und die funktioniert folgendermaßen. Wenn wir wieder unsere zweite Dateneinheit nehmen und das hier wieder mal ein bisschen wegschieben hier. So, was passiert dann? Wir kriegen keine Quittung für die erste Dateneinheit, sondern wir können eigentlich direkt weiterschicken hier. Das heißt, die zweite Dateneinheit geht direkt flöten, nachdem unsere erste Dateneinheit geschickt wurde. Und dann können wir sogar noch die dritte schicken. Direkt hintereinander. Jetzt, ich kann nicht unendlich viele Dateneinheiten auf einmal schicken. Das würde das Netz überlasten. Höchstwahrscheinlich, beziehungsweise den Router oder wie auch immer. Ähm, sondern ich muss immer mal wieder warten, wenn mein Fenster voll ist. Was für ein Fenster denn bitte? Wir machen doch hier gerade nichts mit Windows. Ja, richtig. Ähm, wir haben ein Fenster hier drüben. In unserem Fall ist das jetzt einfach W gleich 3. W für Windows. Nicht für Windows. Nur Singular. Eins davon. Ähm. Wir haben 3 Dateneinheiten, die wir schicken dürfen, bevor wir warten müssen, bis eine Quittung zurückgekommen ist. Und das heißt, wenn diese Dateneinheit 1 hier angekommen ist, dann wird die sofort quittiert. Aber ich darf natürlich davor schon schicken. Und jetzt ist die zweite aber nicht angekommen. Und was man dann macht, ist, man quittiert einfach nochmal die allererste Dateneinheit. Sprich, wenn die dritte ankommt, ist die zweite nicht da. Das heißt, ich habe ein Problem mit meinen Sequenznummern, weil 1, da fehlt die 2 und die 3 ist da. Also, was mache ich? Ich schicke eine Quittung wieder für meine erste Dateneinheit. Ich mache das gerade mal hier so hinten dran. Nein, nicht du. Ähm, Quittung für 1. Und hier genauso, Quittung für 1. Das heißt, ich schicke zweimal die Quittung für die erste Dateneinheit. Jetzt, warum zweimal für die erste Dateneinheit? Naja, hier bekommt er quasi gesagt, ah, du, ich habe noch eine Dateneinheit gekriegt, aber da ist dazwischen was verloren gegangen. Geh bitte zurück bis zu dieser Dateneinheit hier und schick mir alles, was danach kommt, nochmal. Und was der Empfänger, äh, was der Sender dann macht, ist, er schickt die Dateneinheit, also wenn er diese Quittung hier bekommen hat, er schickt die Dateneinheit 2 nochmal und er schickt die Dateneinheit 3 auch nochmal. Jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich, blöd, warum kann ich nicht einfach Dateneinheit 3 behalten und später einordnen? Ja, könnte man machen, aber das kann zu Angriffen führen, ähm, wie zum Beispiel einfach, ich hab, meine, ich schicke meine erste Dateneinheit an den Server und was ich dann mache, ist, ich lasse die zweite aus und dann schicke ich eine Milliarde Dateneinheiten und bekomme die ganze Zeit die Quittung vom Server. Mir fehlt noch die zweite, mir fehlt noch die zweite, hilft mir, hilft mir und so weiter und so fort. Ähm, und der Server muss extrem viel zwischenspeichern, was insgesamt dazu führt, dass er ausfällt. Das wäre ein Angriff, deswegen hat man sich dagegen entschieden. Hier kann das nicht passieren, hier wird einfach alles verworfen bis zu der Dateneinheit, die ich sinnvoll empfangen habe. Und wenn da tatsächlich noch mehr kommen soll, dass ich nicht speichern, sondern an meine Anwendung weiterreichen kann, dann schicke ich einfach, ähm, dann, ja, kann ich einfach 2 und 3 noch weiternehmen. Super, okay, ähm, ein bisschen hat sich das Ganze allerdings doch noch, äh, ja, verändert. Und zwar, wenn ich jetzt, sagen wir mal, die Dateneinheit 2 nicht verloren habe, sondern ich habe auch noch einen sogenannten Timer und ich schicke hier die Quittung für das erste und meine Dateneinheit 2 geht jetzt hier rüber und kommt aber nach meiner dritten Dateneinheit an. Das ist jetzt sehr, sehr unübersichtlich hier. Ähm, ich werde das Ganze versuchen, möglichst zu beschreiben und ein bisschen auseinanderzuziehen. Also, meine Dateneinheit 3. So, ich schicke natürlich sofort meine zwei Dateneinheiten ab und meine dritte Dateneinheit kommt aber vor meiner zweiten Dateneinheit an. Dann schicke ich hier, ja wie immer, meine Acknowledgement, also meine Quittung für die erste Dateneinheit, weil die dritte, da fehlt ja was dazwischen. Also, alles ganz gewöhnlich. Jetzt hat man aber noch einen Timer eingefügt, falls einfach eine Dateneinheit ein bisschen länger braucht als eine andere. Das kann vorkommen, muss aber nicht so sein. Und was man jetzt macht ist, man wartet, bis dieser Timer abläuft. Wenn der Timer abgelaufen ist, dann hat das verloren, dann machen wir es wie gerade eben. Aber wenn der Timer noch nicht abgelaufen ist und die zweite Dateneinheit ist sozusagen angekommen, dann schicken wir hier ein Acknowledgement bis zur dritten Dateneinheit. Und dann weiß mein Empfänger, ah, sie ist doch noch angekommen, hat nur ein bisschen länger gedauert. Ich brauche nicht zwei und drei nochmal schicken, sondern das bleibt mir erspart. Hier unten, das muss ich nicht machen. Und wie gesagt, der Empfänger und der Sender brauchen jetzt beide so einen Timer, bis wann sie eben nochmal warten müssen. So, das ist natürlich jetzt alles sehr, sehr viel schneller und viel praktischer als das, was wir bisher gemacht haben, sprich die Sache davor. Was passiert jetzt aber, wenn ich eine Dateneinheit hier verliere? Das heißt, wenn mein Acknowledgement oder meine Quittung verloren geht. Okay, das ist gar nicht so ohne, aber macht ja nichts, da ich ein Fenster habe, was mehr als eins groß ist normalerweise. Und irgendwann wird dann schon eine passende Quittung kommen. Mich interessiert ja eigentlich immer nur die neueste Quittung, damit ich weiß, ob ich wieder was Neues losschicken kann. Im Prinzip, eine verlorene Quittung ist in dem Fall nicht so schlimm. Man kann einfach auf die nächste Quittung warten und dann alles weiterschicken. Dauert dann halt ein kleines bisschen länger, aber ist an sich in dem Szenario nicht schlimm. So, jetzt das, was ich euch gerade eben gesagt habe, was es wegen einem Angriff eigentlich so nicht wirklich geben kann, gibt es tatsächlich doch. Es nennt sich Selective Repeat ARQ. Selective Repeat sagt eigentlich schon der Name. Wenn eine Dateneinheit flöten geht, zum Beispiel wieder unsere zweite Dateneinheit, dann sagen wir ihm, wenn die dritte Dateneinheit kommt, Hey, mir fehlt noch die zweite, das heißt Selective Repeat Nummer 2. Also, mir fehlt noch die zweite Dateneinheit, schickt die bitte nach. Das ist eigentlich schon, das sind die drei Verfahren, die hauptsächlich im Einsatz sind. Bei der letzten muss man natürlich dann schauen, dass man auch nicht unendlich viel zwischenpuffern muss, sondern nur eine gewisse Anzahl und danach ist halt mal Feierabend, dann wird alles weggeschmissen. Okay, wie gesagt, sonst gibt es eben diesen Angriff, von dem ich euch gerade erzählt habe. Gut, das war es von meiner Seite auch schon wieder und ja, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen, die Namen für die Verfahren auch kennenzulernen. Im Prinzip habt ihr sie ja schon letztes Video so ansatzweise kennengelernt und ja, das war es von meiner Seite. Wie gesagt, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!